So, kurze Erklärung an alle, die das sehen, wir machen jetzt hier ADC. Falked. Er kann doch was streamen. Ja, ich... Let's Player. Ach, du bist Let's Player? Ja. Und gucken Leute deine Let's Plays? Nee, das macht schon Spaß. Natürlich, ich würde meine Let's Plays. So wäre keiner das klug. Ich werde das Spiel hier nicht kommentieren, einfach zuhören und... Ich habe die auf meinem Computer gespeichert, die Let's Plays. Ich lade die nicht hoch. Ja, ja genau. 2.000 Videos auf dem Computer gespeichert. Doch, habe ich aber. Ah, Junge. Oh mein Gott, ey, das wird so abgehen jetzt. Ja. Auf wen warten wir auf Ash? Aber Ash hat die dicksten Titten, die darf das. Ja, auf jeden Fall. Nee, ah, gut. Vor allem nicht sicher, ja. Nee, Krager hat das die dicksten Titten. Deine Mutter hat den dicksten Titten, Alter. Die ist aber nicht wichtig. Die ist zum Glück in dem Spiel nicht vertreten. Das möchte ich mir nicht antun. Ich habe nur die besten Ansichten. Du kannst... Du kannst Spieler stumm scheiden, indem du das Tab-Menü nutzt. Hard pull, please. Ja, Junge, wir haben ja so einen Smite, ne? Ey, Moment. Grace Komet... Ach nee, du bist ja Support. Worin brauchst du denn? Nee, Grace, du bist mit, Grace, du bist mit, Grace, du bist mit. Ach quatsch, ich bin der Top, ja? Nee, du bist mit, ich bin Top. Ach so, ich bin mit, warte. Nee, ich bin mit. Ja, wir müssen drei... Wohin, bitte gehen? I am mit. Ah, du hast doch auch Smite, ne? Ja. Ja, ich helfe dir mal ein bisschen. Aber einfach, das braucht ja nicht, Smite den weg. Alter, die hatte... 5 ADC, ey, hab ich echt da nie gehabt. Bin da tryhard. Oh, guck mal auf, die mitkommt. NewMater Game. Oh mein Gott. Das wird so eine Feeding-Aktion jetzt, ey. Lol, oder? Wow, 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 Driller. Uh, so wie. Du Pfeifen. Wir müssen eigentlich gleich 1 zu 5 auf die Mitte und einfach durchrennen. Ja. Einfach alles weg. Wollen wir doch mal machen, Mann? Nein. Nee, das bringt nichts. Die sterben beim ersten Tower. Ich meine einfach nur die Hard-Tie-Mid-Lane-Pushen bis zum ersten Tower. Hab schon mal schon für mich gespielt. Die Hard-Tie-Mid-Lane-Pushen bis zum ersten Tower und dann die nächste Butt-Lane. Nee, wir kriegen zu wenig AP. Ja, das stimmt doch wieder. Jetzt sind wir an Level 2 und... ja, wow. Lol, die machen den anderen, glaub ich. Ich glaub nicht, dass du den Land-Waff abkriegst. Hast du schon gesmited? Nee, noch nicht. Dann geh ich jetzt. Israel, ich wusste es. Draven, deine Carry. Ich hoffe, ich hab nicht Caitlyn. Nee, ist auch noch SS hier, ne? Jo, ich mach mehr Schaden als Israel am Anfang. Freut mich aber. Ah, ich hab Twitch. Ja, mich freut es auch. Twitch ist aber SS. Oh Leute, ich sterb gleich am ersten... am ersten... ...am ersten. Na, geht auch nicht. Das wär traurig. Ich hab das auszusehen absichtlich gemacht. Ich hab das auszusehen absichtlich gemacht. Dann stuff gleich beim ersten Mal. Beim ersten Mal sterben ist bestimmt voll bitter. Ja, das war die Ironie eigentlich, ne? So, das war's dann. Oh, Twitch. Ich glaube, ich hab bei dem Video nachher noch ordentlich was rausschneiden dürfen, naja. Ich glaube, da werden noch einige Bemerkungen fallen, die ich nicht hochladen will kann. Eine liebeste Kugelverschwender. Wie viel Damage macht Smile 410, cool. Was, du machst jetzt schon 410 Damage? Smile. Nee, mit Outfits meine ich. Ich trage vier Gürtel. Oh, und der Drinder. Der Drinder. Jo, Twitch ist fast tot. Und, und Heal. Wer braucht schon Gründe? Wayne, kommst du mitgegen für den Drinder? Ja, Leute, ich geh, ich geh, äh, off-tank, ne? Ja, hier, guck mal, der Drinder kommt hier, komm hier. Komm entgegen. Der erst stirbt. Oh, der geht durch Stinks durch. Toll, die haben einen Red Buff gemacht. Fixer. Wo ist denn der Drinder? Der weg, ich bin weggegangen. Achso, das dauert. Ich hatte Angst. Angst. Das ist okay, Junge. Der Trash hat überhaupt gar keine Chance, ne? Und er hat gehealt? Ich wackele nicht lange, ich wackele alles ab. Ich hab meinen Heal schon benutzt. Ich? Ich hab meinen Heal Potscher benutzt. Den hab ich schon benutzt. Ey, yo, ich komm jetzt mal ganken. Oh, ich bin. Ich bin. Ist irgendwie sehr witzig, wenn jemand sagt, es kommt gank mit Melisium. Okay. Hat er mich noch? Leute, hat er mich noch? Ja. Ja, ich hab grad TC. Haben die gewordert, ihr Bot? Ja. Der ist dabei, ja. Der ist dabei, ja. Toll. Ist es noch da? Ich bin noch da, ja. Ich hab grad einen TC gehabt, ne? Hab ich immer noch so gegen die Uhrzeit, dann guter Reboot. Der geilste Kommentar, wer nachher eine voll Mage ist. Fokus ADC. Ja. Ja. Auf jeden. Das ist fucking ADC, ey. Oh, das war's. Oh, das ist gut. Ja, scheiße. Report Feeder. Report ADC. Oh mein Gott, ey. Weißt du was? Ne, das mach ich jetzt nicht. Dann schreiben Report ADC. Okay. Ja, genau. Fühlt sich das mal angesprochen. Okay, bin fertig. Du bei den TC. Ja, er kommt auf die Linie um Farms ist hier, ne? Schon klar. Ja, auch ein bisschen Level, ne? Ich seh, will ich da echt mal mit Tanks sehen, ey. Das wird glaub ich witzig. Ja, SS, Vayne, SS. Ja, bei mir auch. Doch nicht. Ich hab ja meine E und meine Ulti und alles. Boah, Ezra hat schon Ulti, scheiße. Ja, spielt der AP, musst du aufpassen, ne? Was spielt der? AP. Echt? Hm. Der Cheater, ja. Nee, der geht bestimmt auf die, äh... Ah, scheiße. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Ist der dritte Gang jetzt schon von dem Typen. Ah. Wer braucht schon Gründe? Aber das ist gut, dann kann ich auf die Mercurys gehen, wenn der auf AP geht. Ich hab einfach Just for Fun mal gehuildet. Ein Gegner wurde getötet. Vorsicht drinnen, der kommt hoch. Geil. Ich hab den Twitch Fallout Farm, der hat 21 Farmen. Ich bin voll am Arsch, Alter. So, bei mir sind welche. Oh, oh. Ah, kann nicht sein, der mit seiner Scheiß. Naja. Komm mal ganken, äh Bot. Warum kann ich eigentlich keine Mathe? Warum du keine Mathe kannst, gibt keine Ahnung. Ich hab grad ausgerechnet, dass 1499 2100 sind. Ja. Ja. Ja, wenn ich sonst zufrieden bin. Aber Junge, FDS will doch nicht so nur Noob, Alter. Der hatte drei Gangs, ich kann auch nix dafür. Ist schlecht gegen jemanden, der unsterblich ist anzukämpfen. Ich fackle nicht lange, ich hab das nicht zu. Auf der Mitte. Hier, mach der nix. Nee, mach der nix. Da ist er ist top. Nix da. Nee. Komm, Tauer, Tauer, Tauer. Komm her. Euer Team hat einen Turm zu schützen, aber wir haben wirklich einen Neuer Arten. Der kommt SFL wieder. Ist mir voll egal. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe. Komm, lass mal einen Top-Tour machen. Oh, Alter, die Ulti war wieder. Ich will hier auch so, tschuldigung. Kannst ja gerne kommen. SS. Ich schaffte gerade aus dem Gruner. Der Quaves geht auch dauernd jetzt. Oder ne, ich schaff doch noch, oder? Jo, ja, geht's auch gut. Sieg! Flieg und Sieg! Nein! Ich sei verrückt! Du solltest meine Schwester sehen! Warum fokussiert euch nicht einfach mal auf Last-Hitten, Freunde? Jungen, der hat 7-0, der S-Real. Ja, aber nicht nur durch mich, ne? Ich bin weg, ne? Hm. Mach mal den Red von denen oder so, vielleicht. Soll ich Warmox first gehen? Lass uns rumballern! Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Naja, der in Red ist gerade leider nicht da. Boah! Hat er gesagt, er macht mit seiner Ulti-One-Hit oder was? Also, seine Ulti hat er gerade gewählt hier, der S war ja. Mit der seinen Tower Down, cool. Achso, stimmt. Er geht ja auf AD. Ja, AP sogar. Ja, kann sein, dass er dadurch seine Ulti dann irgendwann doch mal One-Hit bei uns macht. Ne, vor allem hier. Soll ich auch auf AP gehen? Soll ich auch auf AP gehen? Also, kostest du irgendwas auf AP? Die zwei sind jetzt top, ne? Kann einer von euch noch gleich top kommen wieder? Ich bin schon oben. Ich bin auch wieder unterwegs jetzt. Ich komm auch wieder hin. Ja, ne? Gib Gas, Alter. Wie lang brauchst du denn für den scheiß Minion? Ernst Angelegenheit, Mann. Außerdem stopst du gleich. Da? Doch nicht. Stopp. Hab ich. Boah. Böse. Ja. Dankeschön. Ich bin echt schlecht, ey. Das geht gar nicht. Ich mach nix, ey. Das war zu viel. Das Gute. Du bist ja scharf. Du bist ja scharf. Aber wir haben ganz gut gepusht schon, ne? Muss ich sagen. Ja. Bei mir läuft auf jeden Fall auf top. Ja, dein Tower geht aber auch gleich down. Ja, weil keiner hier ist halt. Ich renne dann hoch, aber Uldis auch gerade nicht verdient. Ja, ich hätte teleporten statt. Meins vielleicht gebrauchen können. Hm, renne so noch weg. Du solltest meine Schwester sehen. Oh, schöner Passiv hatte ich auf jeden Fall. Ich bin verrückt. Auf der Mitte, Vorsicht, gern? Ja, Mitte, wir brauchen Mitte. Oh, hier ist er, hier ist er. Was würde passieren, wenn wir Dragon machen würden? Und alles Might hätten. Yo, geil. Äh, der würde ziemlich schnell da unten gehen, hab ich so das Gefühl. Oh, Enemy Red ist ab. Lass auf die mitgehen. Für den Gegner Red. G favors auf die mitgehen. Geht nachher kriegt ein, das Kugel. Aber nicht ab. Warte, ich denke nach. Okay, lass uns doch gehen. Ja. Warte. Geht nachher auf den Turm zu stehen. Warte. Geht nachher. Du wirst dich dann nicht zuhören. Ich kann nicht zuhören. Komm herun. Hierher. Ja. 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 Oh! Oh! Der war knapp! Warte! LOL! Wie viel Range hat ein Twitch? Hä? Dein Ulti noch? Ne! 10 Sekunden! Ne 17 Sekunden! Junge, warum hat Twitch so viel Range? Das ist dein Ulti, Mann! Der Unfil! Mach der Ulti rein! Ja, hab ich noch nicht! Warte, sieben sie! 5 Sekunden! Fackle nicht lange, ich fackle alles ab! Komm, durch, 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 durch! Wo sind sie? Hm, klar, warst du klar, dass die jetzt verschwinden? Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe! Wer braucht schon Gründe? Wer braucht schon Gründe? Wer will schon brav sein? Der Verbündeter wurde getötet! Der Verbündeter wurde getötet! Schön, denn er wird ein echtes Problem mit dem Game! Ja! Und zwar! Komm, lass's wegmachen! Ach klar! Super, der Minion! Na, mal schauen, wie das jetzt mit dem Dragon würde! Ich glaube, das ist ziemlich schnell! Das ist jetzt top! Sie wollen mitpushen! Erst mal dragen! Ich glaube, die kommen gleich runter, ne! Kannst du mal smiten, bitte? Jetzt smiten! Ich hab keinen smite! Das war der beste Smite, den ich je gesehen habe! Ja, musst schnell gehen! Kommt mit, oder? Oh, was ist denn das jetzt so? Pass auf, pass auf! Nein! Boah, ich hab gedacht, der rennt! So geht denn die ATV halt hin! Ja, toll! Ja, toll! Was war das denn? Die Gigapollen bald rein! Ne, ne, Trinna mehr hat die gespottet! Ja, sogar getroffen, glaub ich! So ein Tower noch! Oh, hier, Twitch! Der hat recht wenig Farben, der Twitch! Der stirbt! Der stirbt! Ja, aber er stirbt noch! Ah, das ist in Ruhe! Ha! So, aber wirklich jetzt! Aber voll deine Ulf gekastet! Autsch! 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 Gehen die schon auf Rüstung? Jo! Ne, gleich, das sind wir! Hm, zuerst geht auf Rüstung! So, esst du gern grad für ein Problem! Ich glaub, 500 mehr geht auch auf ADC! Also mehr oder weniger! Na, wenn ich Rashed hab, weiß wär ich das nicht! Äutsch! Autsch! Alter, ich mach kein ADC, gell! Na, 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 na! Blöder Auerwurm! He, gay power to OP! Das ist schön! Ich brauch nur wirklich eine neue Waffe, schieß nicht bei einer anderen Waffe. Jesus. Ne, ich wollt nur nur helfen. Ich komm. Oh, hey, stimmt. Auch voll egal. Ja, mit. Weiter, los drauf. Kiel, sind alle hier. Aber so wie hier dabei. Uuund... Der Gegner hat einen Term zerstört. Wenn wir die Teamfalls einfach so richtig dominieren Weil mit der übrigen Masse an den Kiel die wir haben, das geht gar nicht Ja lol, ich dachte der hat keine Hülse mehr, wieso ist der so gefeedet? Oh mein Gott, kill ihn, oh mein Gott, kill ihn Nice, ich hab's überlebt Aber dass der so gefeedet ist, habt ihr den gut gekillt? Jo Oder der ist übertrieben hart gefeedet Ja, ich hab ihn... Jürgen, da zwei Items fertig Oh mein Gott Was für Kyoku, wer labert der? Ja, bist du nen Panzer Ich hab auch zwar zwei Items fertig Ich geh jetzt auf AD-Tech, Junge Mach mal was mit Magic Resistance Ja, ich bin schon dabei Ist mein nächstes Item Jo, ich hol mir jetzt gleich eine KDU noch Und dann wahrscheinlich Mercury's oder so'n Scheiß Guck mal hier, wir haben auch noch einen, holen wir uns Ich hol mir mal Blue, oder? Will ja bestimmt keiner von euch Boah Alter, die Ulti Vorsicht hinter dir Vorsicht hinter dir Ja, das wird nichts Hast Ulti? Ich würde ihn wegsmiten, ey Wegsmiten? Ohne Scheiße, ne Boah, ne, der hat mich auch noch Verbündeter wurde getötet Auf jeden Fall können wir gut Smile Secure machen, denk ich mal Jo Das war's aber auch schon Was, wenn ich eine Waffe hätte? Wieso, der letzte Teamfight war doch ganz cool Ja, definitiv, okay Ja, ich brauch Farm und hier ist echt nix mehr an Farm Der Jungle wird von euch leergefahren Und die ganzen, die ganzen Creeps sind alle hinten im Gegnerbereich Ja, du kannst zwei E-Tems holen mit Magierresistenz Magierresistenz, hattest ne Magierresistenz Magierresistenz, ja man Das ist, wenn du gegen Butter allein gespisst Ja, genau Butter, gegen Butter Oh, ich kann mich noch erinnern Ich kann mich noch erinnern Ne, das hier den Butter, das hat die 3D Jawoll, sie killt den S Tschüssi S Alter, das war jetzt echt scheiße Die 8-Jolt, die war geil Endlich Farmen, ey, endlich Farmen Ey, kannst du tanken? Ach ne, du bist gar nicht da Okay, jetzt einfach Hallo Leute, ich brauch Hilfe Wir haben so viel Power, wir brauchen nicht Ich brauch Hilfe Leute, hallo Wir haben so viel Power, wir brauchen gar nicht tanken Ich komm, ich komm, ich komm In your face, komm Danke Danke Wie lange der überlebt hat, alter Ja, wegen deiner scheiß Ulti Gut, die hat schon ziemlich lange die Ulti, ne? Ne, ich glaub, 3 Sekunden geht die Ich bin verrückt Ich hab mal testen Kauft euch mal ein Item mit Magierresistenz Dann sind wir ziemlich abgeschöppert Äh, holt euch den Mercurity Den, äh, warte, wie heißt der? Den, äh, warte, wie heißt der? Den, flinker Chromsäbel Mh, ja Den hol ich mir mal bei sowas 60 Angriffsschaden 50 Magierresistenz Meist du Mercurial Genau den, genau den Genau den Komm, ich komm, Leute Ich komm, ich komm, Leute Ich komm, Leute, Leute Ich komm, Leute, Leute Ich komm, Leute, Leute Ich komm mir vorher trotzdem noch an der KDU Ah, scheiße Ich komm mir vorher trotzdem noch an der KDU, ja Vorsicht der Ezra ist da drin, ne? Oh, ich mach gleich Drake, ne? Kann nicht sein, dass der mit dem Liebe überlebt hat, ja Ja, okay, wir haben sie Ja, nice Graven Ich hab Ss bekommen und kann mit dem Ist doch Draven, ist Draven 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 Not OP It's just Draven Komma OP Draven, kommt Okay Draven Nee, wie heißt der Graves? Ah, schade Warte, ich denke nach Ich würd's, ich versuch die Bot-Unden zu machen Ich geh'n Ich geh'n Er soll Elchi den töten gehen Ja, zu drüten Ja, zu drüten Ich bin gerade zu drüten Das überlebt der nicht Je nachdem wie lange der an Club ist Fack, er hat sich unnütbar gemacht Frag mich, ob ich zuhöre Euer Team hat einen Turm zerstört Nice Wo ist er? Weg, äh, hier ist er nicht vorbeigekommen bei mir Ash müsste mal ihre... So was nicht Alter, haben die Barren? Nee, was hat denn der? Vielleicht kommt Jinx, ne? Hehehe Ne Durch die Wand Ich bin verrückt Ja, Junge, warum kommst du nicht zurück? Ohne Witz Warte, ich attackiert werde OPAK, SRL, oh nein, nicht SRL Weil, ähh Da weiß nicht die Wahrheit sein Warte, die Ulti noch gewendet Warte, die Ulti noch gewendet Hab irgendwie das geklückt, dass der immer mir überm Weg läuft Doppeltator Living After Midnight Walking To The Door Ich glaub ich jetzt einmal mal mit Extrem Attack Speed Probieren 2,5 Jungen, hast du grad gesehen, wie wir gefightet haben gegen die... Nee, ich war damit damit beschäftigt, für SRL wegzuren Ich komme später, Magic Resistance Ich komme erst Infinity Edge Nee, ich komme jetzt Mercurials Ne, ich komme jetzt Mercurials Was bringt der Teil eigentlich außer Damage? Äh, Magi Resistenz 45% Warte, ich... Remove all debuffs Okay, ich bin fertig Prozent, Alter, ist doch nicht Prozent Nein, meine ich... Nee, hab ich Prozent gezeigt worden? Ja Nee, meinst du schon mal schmalig Wäre schon voll krass, Prozent, Alter Ja, wenn du nix hast, kriegst du als nichts... Nein Hab ich den bekommen? Nein Achso, ich wollte gerade sagen Ich kann Barron machen, komm, komm Barron Ich bin zu zweit, als, als... Nein, zu viert Nein, unten wird aber gefeiftet gerade Okay, ich komme Nein Ja, nein Boah, diese Scheiss-Ultig von dem Esther, ey Ich glaube auch Ja, aber ihr habt ihn mhm Spray Skull vorunter Nein, du hast die Quador geklaut. Scheißegal, ich gucke mir das vom Flughafen. Alter, scheißegal. Toll. Naja, das geht jetzt für was, aber. Alter, wenn wir das gerne gewinnen, ne? Das ist doch lächerlich. Beste Taktik. Weil die Jinx gerade von oben runtergefallen ist. Ich will den Top-Fun, ich will den Top-Fun. Jinx, spanne dich, ne? Ich werde dich wieder überholen, aber. Stimmt, du wolltest mich. Leid mal einen Top-Bot-Tower an, ne? Lass mich in Ruhe, nein! Aber ich fahre am Shatter als du. Sagen ich die alle Kriege, es mir hat Wayne. Ja, du bist ja auch Wayne. Ah, ich habe auch ganz gut gekriegt. Ah, ich strahle über mir, ja. Ich glaube, das nächste Spiel mache ich mal noch Jungle oder so. Ich würde noch ein richtiges Spiel hinkriegen. Oh lai, ich habe den gekriegt, cool. Dankeschön! Okay, soll ich mir das noch kaufen? Okay, der ist free, der ist free. Oh, doch nicht. Wurstung. Das sindst du free? Mhm. Okay, ich hole mir die, ich hole mir die Top. Boah, das ist nicht so ein richtig geiler Tank. Ja, ich kann auch schon, und du willst, ich habe schon richtig einen stehen wegen dir, Alter. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Weil du so ein geiler Tank bist, weißt du? Weiß, Junge. Er ist nicht Ulti-Tank, er ist nur Normal-Tank. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Oh, hallo! Junge, wieso bin ich verunsichtbar? Wie kann er mich treffen? Unfair. Wurde, kann ich mich verunsichtbar machen? Ja, mit der Ult hinter der Kuh, ja. Achso, die Ulti macht ja unsichtbar. Ohne Witz denn, was? So keine Game-Nowledge, das ist schon krass. Ja, Wayne, kann ich mich verunsichtbar machen? Achso, ja, stimmt. Ich spiele seit einem Monat. Leul, du bist schon ein Level... Was für ein Level bist du? Ich bin Silber 5. Oh. Seit einem Monat? Das ist schon ziemlich krass. Bei einem Monat war ich, glaube ich, noch Level 11 oder so. Okay, das war ich, glaube ich, nach zwei Tagen. Ey, ich schaue dir 80-Ulti zu. Ey, ich kotze ab, ey. Ey, ich bin da super hingekriegt. Cool. Da fliegt ne Ulti vorbei und keinen juckt's, ey. Sieg und Sieg. Ey, ne, die hat den Trash getroffen. Oh, fuck. Oh nein, wieder auf mich. Ich seh's kommen, ja. Ich komme. Das war so klar jetzt wieder. Ich komme Mitte, hier. Jetzt habe ich endlich Magier-Resistenz, äh. Wurde, aber auch Zeit. Toll, das ist echt so cool. Überlebt das, überlebt das. Good Job. Ja, Junge, toll. Macht denn der Graves da, was kann der eigentlich? Der ist ziemlich gut, das ist der Beste bei uns, der Graves. Ja, der ist voll schlecht, der keist nur. Aber das macht er gut. Rippo, da war easy. Mir wüsste mal, ihr wüsste mal Worts auf der Mitte aufsetzen. Da kann ich wirklich mal irgendwie mal Sinnvoll benutzen. Wenn mir da mal ein paar Worts entsetzen, damit ich weiß, wo die stehen. Musst du mal Skills zu legen. Das könnte ich auch probieren. Jawoll. Wie toll so ein scheiß Kalu ist. Jetzt gleich erstmal fahren, meine Alter. Oh. Was WTF? Magic Resistance S-Real. XWTF. Mupp, bloß die Go4, du Rudi. Jo, ich geh Toplane pushen, ne? Viel Spaß. Bis zu Minivita pushe ich Toplane. Oder braucht ihr mich unten? Unten ist ein schlimmer Freekill, oder? Und noch viel mehr. Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ganz allein vor mich, sie mir. Und hol mir dabei keinen runter, weil ich nicht schwul bin. Okay. Die haben unser Bug, die haben unser Bug geholt. Diese Schweine. Ich versuche, ich zu erschießen. Schweine. Diese Buben. Ich habe viele Gürtel. Wie war das gerade mit dem Top-Pushing? Hat nicht so ganz geklappt, oder? Ich gehe jetzt erst dahin. Achso. Ich habe gerade hier meine Quicksilver-Scherpe aktiviert. Ich habe gerade gefroßt. Das ist schön für dich. Oh, ich glaube, es geht gleich ab hier. Oh, ein Drive wäre rein. Nee, Drive, nee. Weißt du was? Nee. Doch, Junge. Halt die Schnauze. Das ist, dass du immer, immer alleine gehen willst, ja? Warte bitte auf den Tank. Ja, ich will nicht mit dir gehen. Und ja, du hast wirklich 3K, das ist irgendwie cool. Ja, das ist cool. Du hast mehr als Trash. Du hast mehr als Trash. Ich habe 254 Rüstung. Du hast mehr als Trash. Ich habe 254 Rüstung, das finde ich noch cooler. Erzähl, aber machst du wenigstens noch Schaden? 129. Ja, ich wünsche, das ist eher weniger. Ja, alles geht nicht, ne? Alles geht nicht, wieso verstehe ich nicht? Ich glaube, es ist es. Oh, ich habe Trash gefunden. Komm mal, ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Hau mal ein paar mal drauf. Habe ich gemacht. Ja, gut gemacht. Auch gut gemacht. Und jetzt hier. Was macht ihr denn? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber es war nicht so viel. Ich habe es mir vorgestellt, dass es nicht so viel war. Das hängt. Das ist so geil. Das ist so geil, ey. Das ist so geil, ey. Das ist so geil. Aber du brauchst noch Magic Resistance, alter. Ja, vor allen Dingen Magic Resistance. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Alter, ey, das geht gar nicht. Ich gehe jetzt auf den Tech Speed. Oh, ich habe jetzt KDU fertig gebaut. Fertig gebaut. So, das habe ich ruhig mir ran, du bist Omin. Hahaha, ich hole mir jetzt ran, du bist Omin. Hehehe. Nein, holst du mir nicht. Ich verbiete dir das nämlich. Ich gehs Botlane. Ich habe es schon gekauft, alter. Ich bin droht, alter. Ich pushe es Botlane. Ich pushe es Botlane. Ich hasse dich. Dafür, dass du das ran, du bist Omin. Ich hasse dich. Geh Botlane pushen. Botlane pushen ist, ne? Äh. So, 270 AD. Existence ist schon ganz gut. Wer feedet denn in unserem Team? Hm. Ähm. Tschüss. Kommt mir bekannt vor den Erspruch. Er ist erster, oder? Ja, er ist für ich öfter, ich weiß. Mit dem Fieden habe ich noch nicht ganz so raus. Also mit dem Nicht-Fieden. Achso. Das mit dem Fieden habe ich noch nicht ganz raus. Ich übe noch. Hahaha. Schütz. Hahaha. Das mit dem Fieden habe ich schon ein bisschen. Hahaha. Was für ein Crash, ey. Oh mein Gott. Oh man, ich bin der erste über 200 Fahrer mit Trunna mehr zusammen. Ach, bin ich mit Trunna mehr zusammen. Nicht? Was ist das? Oh, Alter. Tricks mich hier. Tricks mich hier. Er wird ein schönes Pärchen, du kriegst, dann kriegst du zurück. Ah, unser Graves zötet den, unser Graves zötet den. Ja. Ah, Graves. Das kann nicht sein, ey. Komm her zu mir, komm her zu mir. Da, Graven, it's Graven. Wuhuhu. Das ist ein Tauer für mich. Oh komm, sie hat tankt den Tower. Hahaha. Das ist so geil. Ja, tankt den Tower. Mach wenigstens mit Schaden. Nö. Meint ihr, die Minions weg, okay? Das ist schön für dich. Ja, tankt den. Das ist so geil, ne? Das ist so geil. Spoiler, ist ein Reaktion! Du wirst ein Assets! Hilfe, Hilfe! Wir gewinnen das wirklich! LOL, der Tower hat mich gepickt, scheiße! Ah ne, Gründer, wir hatten nur einen Gründer gehabt. Go, go, go! Ja, ich musste gerade erst mal... Oh my god, oh my god, oh my god. Ich schieße echt alle auf den, Alter. Das ist doch geil, ne? Aber du schiehst jetzt. Oh, das schieße jetzt sterb ich. Ja, die schießen alle auf mich, ne? Aber wie? Wie die Ultis auf mich fliegen, Alter? Das glaubst du nicht. Drei Ultis haben sie, glaube ich, draufgehauen auf mich gerade. Ah, das sind die einzigen, die auf dich fliegen. Da, 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 da! Der... Der war auch schlecht! Ich weiß auch. Der war richtig kacke eigentlich! Das war gewollt. Der war so schlecht wie meiner vorhin. Mit Chantal! Den hat er nicht gerafft, ey, das war so geil. Ja, Mann. War fantastisch. Chantal! Der war so schlecht, den hat auch nicht mal irgendeiner gerafft, oh. Chantal kommt, Alter, wer ist Chantal? Oh Mann, ey. Was ist das, ey? Absolute Zerberstung, würd' ich sagen. Komm, wir machen Barreln. Wir haben Tank, wir machen nur Barreln. Warte, ich komm hinterher. Ich hab jetzt auch die Quecksilber-Scherpe. Ach, was ist denn die Quecksilber-Scherpe? Die Quecksilber-Scherpe. Scherpe. Ach, hier und das Ding ist ja ein bisschen langer. Ein bisschen tanky bin ich auch, gell? Loll, die haben ja gar... Ja stimmt, ich hab ja sogar Nexus-Turk gekillt. Ich mach nur den Top-Minions. Wer will schon brav sein? Ja, warte für dich auf den Tank. Du kriegst echt 5k zusammen, oder? Ich? Jo. Locker. Boah, nee, nee, krieg ich nicht mehr. Jetzt voll auf, äh... Warte, was? Ist der weg, der Barreln? Uhuhuhuhuhu, scheiße. Die haben Barreln gemacht, bestimmt mit Esrae. Stimmt. Kann ich überhaupt mit dem zweiten? Ist weggekommen. Oh mein Gott. Einfach weiter aufhören. Einfach weiter aufhören. Ich juckt's überhaupt nicht. Ist so lustig, ey. Er macht seine Ulti an, und dir schießt trotzdem weit auf dich. Du feierst da jetzt. Echt. Echt. Ah! Ah! Hilfe! Boah, ich hab mal getroffen mit ner Ulti. Was für'n... Was für'n Dinge... Was für'n Dinge... Euer Team ist der Tunze still. Oh! Wir gewinnen, die Pärs. Was? Wir verwinnen, wir haben so eine Klinik. Wir verwinnen, wir haben so eine Klinik. Wir nutzen den Heel gar nicht, oder? Kann das sein? So, ich hab jetzt auch den Merkuriellen... Noch was, wie heißt das Teil? Äh... Klinker Krummselber heißt das Ding. Mir heißt das Merkuriel... Slice... Skimmeter. Ja... Englisch halt, ne? Kann kein Englisch. Die Sprache neben uns. Also... Das macht auf jeden Fall mehr Spaß als PvP, muss ich sagen. Oh je... Als PvP? Alles macht mehr Spaß als PvP, Mann. Das kannst du mir glauben, ey. Oh, wie... TVT? Ja... TVT ist nicht ganz... TVT ist nicht so random wie PvP. Das ist einfach immer nur Bild, oder, Alter? Oder THC. Das ist okay. Nein, ich mache jetzt... Inhibitor. Jürgen, ich hasse THC. THC ist doch nicht geil. Ich liebe THC, Alter. Ich mache jetzt Nexus. Warte 17 Sekunden, dann hab ich Flash. Flash? Flash dabei? Jo, ich hab Flash dabei. Jo, die Puschen, Junge. Mach die kaputt. Geil, Ash. So... 3... 2... 1... Geh, go, go. Wiii... Ein Gegner ist nicht... Warb, warb. Genau... Was ich für Schaden mache, ey. Nein, 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 nein! Es sind beide geklappt, ey. Das kann ich sagen. Warte, scheiße, die liegen hinten, ne? Death, 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 Graven! Oh ja, stimmt. Wenn du stirbst, dann haben wir Probleme, ne? Ja, Graves ist jetzt wieder da. Graves kommt gleich, ja. Uuuuuh, nein, 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 nein! Es wird ja gerade kacken, Alter. Der Druck! Der Druck ist so groß! Der Druck ist so groß! Oh mein... Graven! Graven Ulti! Oh, Mann! Ich hab keine Ulti! Und diese Falle! Egal, solange wir noch einen Tower haben, ist alles im Los. Der Nexus-VD hat nur noch 1700. Wir haben noch einen Turm. Unser nächstes ist noch unsterblich. Wir kommen jetzt, komm, wir gehen jetzt und uns hundert töten. Ich könnte noch ein bisschen auf Scheiße. Ja, auch immer schön auf mich schlagen. Sehr schön. Ich hab ja auch nur 300 Rüstungen ungefähr. Oh, der KS zieht sogar noch, der Wichser. Ich hab voll die Support-Wacker-D. Uhuhuhu. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hab voll die Fieder-K-D. Ich hab aber am Anfang gesagt, ich bin der Fieder-Easy, ne? Also, ich mach ja alles richtig. No, ich komm hier raus und dann krieg ich das bei die Ulti ab von dem Spaßsten. Das war verdient. 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 Vollkommen verdient, Junge. Vollkommen verdient, Junge. Rennen die gerade alle zur Bot. Aber wie's alle auf den Farben aussehen, ey. Alle sind total ADC. Okay, ich bin fertig. Ah, der macht Dragon. Okay, dann mach ich mir den Farben. Der gegnerische Inhibitor will... Oh nein, der Inhibitor respawned. Go, go. Ey, Baron ist ab! Baron ist ab! Komm, Baron, Junge! Das wird, glaub ich, ziemlich schlecht gehen mit dem Baron, oder? Ich lenke sie auf der Top-Bot ein bisschen ab. Nach der Musik. Jetzt kommen sie nicht auf die Idee, dass ihr Baron macht. Was, wenn ich... Wahrscheinlich sterbe ich dabei, aber... Bin ich ja gewohnt. Oh mein Gott. Jetzt back and done fight, oder? Ja. Okay, komm mal. Oder doch nicht. Okay, komm mal auf... Okay, ich hol mir jetzt den Nexus. Das ist so geil, Junge. Das war echt ein ganz schön langer Auftritt von ihm. So cool, Junge. Er war so nix denn tot, ne? Ja, okay. Oh, ich bin tot. Lol. Kills, die wenigstens auch los, Junge. Ja, das war's. Ich hab's vergessen. Alle im Team leben noch. Jinx ist tot. Standard. Einer muss ja, ne? Oh, wie soll ich ihn zuerst entgreifen? Oh, ich hab keine Ahnung, ey. Lol, woran bin ich denn noch gestorben? Äh... Feiße? An Scheiße? Feiße? Wo bin ich denn jetzt gestorben? Scheiße. Ich könnte eigentlich Rüstung trinken. Oh no! Haben die Rüstung? Aber der Auftritt von Trönlermeere war ich sehr kurz. Ja, ich so... Tot. Leute, die gehen... Die gehen alle auf. Der hat nicht mal die Chance, seine Ulti zu casten. Ja, Mann. Und der macht in aller Ruhe den Farm da. Oh mein Gott. Wichser. Wir haben den anderen in die Witte noch nicht gekillt. Schlecht. Ich glaub, die killen uns jetzt. Ich hab nur 30 Sekunden und Jinx ist gleich wieder da, hallo? Ja, Jinx ist gleich wieder da, hallo? Und noch sind die nicht auf einem Mini-Map zu sehen, also chill. Ich hab meine Ulti auf jeden Fall noch, ich konnte sie grad nicht casten. Hm. Stimmt. Beide eingesetzt. Aber ich weiß nicht mehr wo. Im Kampf? Hoffe ich? Nein, das glaub ich nicht. Na 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 na. Na 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 na. Ich bin jetzt mal... Ich glaube, das war das größte Tod, den ich bisher beim Trinder mehr gesehen hab. Äh. Will ich nochmal sehen, Leute. Will ich nochmal sehen? Ja, ich spawn grad sofort schön die Ulti vs Reel in die Fresse, Alter. Warte, ich sag gleich was echt cooles. Ich hab 20, okay, ich bin okay. Ich find mich auch ziemlich okay. Da sind wir uns aber uneinig. Ich sag doch okay, nicht op. Ey, warte auf den Tank, Leute. Warte auf den Tank, genau. Ich hoffe, den Tank. Ich glaub den kurz grad richtig ab da drinnen da, oder? Ey, mach ne Ulti hierhin, Jinx. Los. Jetzt, jetzt, jetzt. Flieg doch schon. Jetzt! Flieg doch! Scheißvieh. Was war das denn? Oh mein Gott, was war das denn? Die rauschte einfach vorbei. Komm, Alter. Er sucht's gerade. Er sucht's gerade. Er sucht's gerade. Er macht die Drex-Uli dahinter. Oh, jetzt kommt's noch mehr. Der hat Ulti gecastet. Jinx steht für... Jinx. Kommt her, kommt her, ich hab Heal. Nicht hin. Doch nicht. Noch nicht. Ich bin verrückt. Ich hab mal Test. Warte, ich hab auch Heal, warte. Der Thresh macht Schaden, Alter. Die Imperium. vasive Schaden. Was war posed eh das? Ah, er war wirklich eine neue Watte. Okay, was hab's jetzt gesagt? Was war denn das jetzt? Ohne Mist, was war das denn Bibi gerade? Jungen, schieß auf den Nächster, schieß auf den Nächster oder schieß auf den Astrid oder auf die Kate denn irgendwas, greift irgendwas an, mein Gott wir gewinnen jetzt Na! Leute, der Drave steht dahin Oh mein Gott Nein!